Und die letzte Frage hier auf diesem Zettel. Gibt es ein bestimmtes Gebet für Laylatul Qadr? Das ist auch eine falsche Annahme von vielen Leuten. Sie denken, es gibt zu Laylatul Qadr ein bestimmtes Laylatul Qadr wie Sabach. Das gibt es nicht. Und es gibt Aussagen von Leuten. Gestern hat mich noch meine Frau gefragt. Aber einer Schwester wurde gesagt, sie soll 100 Raka beten in Laylatul Qadr. Und ich weiß nicht wie oft. Und das alles sind Erfindungen von Leuten, die keine Rechtsprechung haben. Es gibt kein bestimmtes Gebet. Sondern wie verbringt man Laylatul Qadr? Ganz normal. Man betet abends mit der Gemeinschaft Tarawih. Dann kann man, wenn man will, nach Hause gehen. Dann liest man Koran. Man spendet. Man macht Zikr. Man gedehnt Allahs. Man macht Dua. Man betet Allah Azza wa Jalla. Und dann kann man in der Nacht nochmal beten. Das ist das, was du machen kannst. Nein, nicht. Aber der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Man kam Laylatul Qadr. Man kam Laylatul Qadr. Nein, sondern der die gesamte Nacht, diese Nacht belebt. In Anbetung, mit Zikr, mit Ibadat. Entweder die ganze Nacht oder, was haben wir gesagt, oder? Ein Großteil dieser Nacht. Und dann war ich das, was du hast. Salam Alein. Salam Alein. Salam Alein. Salam Alein.